hallo welt da sind wir wieder noch auf unserer helljahren farm aber jetzt geht es richtung grüften los ja in riften können wir wahrscheinlich einiges abgeben aber wahrscheinlich werden wir dort die veredelten malachite noch nicht los ja und auf dem weg nach riften ist das überhaupt der richtige weg sind wir von der helljahren farm schon mal nach riften gereist wenn wir diesen weg hier nehmen den nämlich nicht so gerne dann haben wir den weg schon so oft genommen sollen wir nicht hier oben mal entlang das ist nicht gerade eine abkürzung das ist mitten durchs eis hier durch die schneelandschaft da werden wir aber ein paar zelte aufbauen können und danach schoss dann nach riften wir müssen sowieso hier unten nach ihrer stadt so falsch wäre der weg gar nicht aber hier scheint mir keine brücke zu sein oder so etwas ja da bin ich doch echt mehr dafür dass wir hier oben her reiten dann zusehen dass wir hier irgendwie über den fluss kommen dann vielleicht über den hier ist doch sowas wie eine straße hauptstraße oder so ja hier wird eine brücke sein ja das ist das ist glaube ich besser wenn wir hier einmal durchreiten müssen wir aber schön hier auf der seite bleiben denn auf dieser seite scheint mir hier keine straße zu sein hier kommt die brücke da müssen wir nur aufpassen dass wir nicht richtung windhelm reisen sondern bei morwunskar dann rechts okay so wird's gemacht alles klar dodos und los geht's da hinten waren dodos dodododo na wartet ihr immer noch sie zu erwartet immer noch nee das ist doch falsch so rum ist es richtig und ich hätte so gerne ein pferd für unsere begleitung na wartet da unten wieder ein eistroll auf uns wo ich glaube nicht nach einem tag schon die sind manchmal flink und wenn ein troll mal da gewesen ist dann kommt der nächste vielleicht auch schnell ja das wollte ich sehen ein windsturm tobt in der nähe ja das sind doch mal angaben die richtig sind jetzt so nehmen wir in einer abkürzung oder gehen wir einfach die hauptstraße ich bin für die hauptstraße erst mal da wir den weg ja noch gar nicht kennen die abkürzungen das können wir nachher dann noch irgendwie zu pflastern mit kleineren zelten aber so die hauptlage die wollen wir doch erst mal jetzt an der hauptstraße auch aufbauen die schon wieder das ist eh die falsche die richtige haben wir schon getroffen wir haben doch so viele schneebeeren was sollte das denn jetzt das ist es sofort bleiben mit den schneebeeren speicher lieber einmal genau ja wir halten ausschau schon nach einem schönen plätzchen hier da oben tobt der bär das ist kein bär das ist der säbel zahntiger ja gut also wenn hier so eine gaststätte ist dann brauchen wir hier kein zelt aufzubauen wenn es eine sein sollte aber sieht beinahe danach aus aber der schein trügt wir waren schon mal irgendwo zum nachttor entdeckt wo ist denn jeder eingang das ist eine richtige mühle hier habt ihr denn gar keinen eingang auf der anderen seite vielleicht was ist das denn so verzwickt sollen wir das pferd auf der treppe stehen lassen naja wir werden mal hier oben parken und wir sammeln euch die ganzen schneebeeren weg ihr habt ja genug davon die wachsen bestimmt schnell wieder nach dem ganzen schnee das fasst kommt mir so unglaublich groß vor wie kommt das danach wir schleichen die ganze zeit auch noch ohne es zu merken zum nachttor gehen wir doch mal rein und zwar am tage ach ja das ist doch das ist doch mal schön keinen verzauberer hier keinen alchemie tisch hier drinnen vielleicht wir haben hier mörser und stößel dabei aber so ein richtiger alchemie tisch wäre ja auch nicht schlecht so wir handeln aber wir ziehen dafür unsere guten sachen an den taucher ring brauchen wir doch gar nicht mehr vielleicht den bogen ring 13 schaden richten wir an und wir haben einen gekauft hier der richtet 25 schaden an ach wir haben vergessen die orkischen panzerhandschuhe wegzulegen können wir auch in riften auf dem boden werfen wobei ich glaube dass wir nicht allzu auf den riften sein werden später da sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten kann ich euch etwas bringen hallo reisender seid ihr wegen des essens im nachttor oder wollte ich übernachten was könnt ihr mir über das gutshaus erzählen diese alte hütte gibt es schon ewig wurde von meinem urgroßvater gebaut erst hat er sie geführt dann wurde sie von generation zu generation bis zu mir weitergereicht kehren hier eigentlich viele gäste ein nein nicht allzu viele ab und zu kommt ein reisender vorbei meistens ist aber bloß der alte fultheim da will wohl mit der sauferei ein leben voller böser erinnerungen wegspülen und dann ist da natürlich noch der ork ein dauergast der zahlt so viel dass ich es mir leisten könnte die bude dicht zu machen erzählt mir etwas über den ork der er heißt baller blob oder malaklob irgend so ein komischer ort name aber der kann sich richtig gut ausdrücken ist gar kein wilder er sagt er wäre ein schriftsteller keine ahnung was das für eine arbeit ist aber er muss ganz gut damit verdienen er hat die nächsten paar monate im voraus bezahlt er lungert meistens bloß herum geht runter zum see und manchmal probiert er den wein der im keller lagert aber der kerl kann meinetwegen machen was er will so unfreundlich zu einem so gut zahlenden kunden ja dann 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 suche ich nach arbeit wisst ihr was hier seht euch das an ein paar männer des jahr sind vorbeigekommen und haben diesen beutebrief zurückgelassen ein beutebrief sehr gut ja süßwasserlager und das hört sich weit weg an wo erfahre ich mehr über magie mein gutster habe schon genug magie erlebt um zu wissen dass man sich davon fernhalten sollte ich würde mich auch vom zauberer des jahr in dem zauberstern fernhalten wenn ihr euch unbedingt zum trottel machen wollt solltet ihr die akademie von winterfeste aufsuchen ja dann lieber nicht oder ach gottchen habt ihr was zu verkaufen hartdrink dann wollen wir diesen hunger doch still immer gucken er kauft zaubertrinke aber ja wir haben auch noch ein paar nicht so viele aber es geht so bier hat er für uns schon mal gegrillten lauch ach gott so viel essen müssen wir nicht mitnehmen aber das salz da können wir nicht widerstehen das salz ist für uns wie gold fast so wertvoll warum tragen wir nicht den ring des glücks eigentlich gut gut zaubertränke soll er bekommen da wird er doch schon zufrieden sein mit ja sind wir mal so großzügig und soll er magiker senken bekommen diesen zaubertrank wenn wir die selber herstellen dann haben wir nur diese hässlichen flaschen aber die ist schon weiß sieht aus wie eine bon doch etwas ok er bekommt ein kleines trinkgeld alles ist gut wenn ihr irgendetwas braucht dann ruft mich einfach ja ja nein was denn nun ach nachtssicht wollten wir gar nicht das hier wollten wir und den glücksring wo ist der denn jetzt dann können wir eigentlich den bogenring zu hause lassen ach das amulett das wirkt auf zeit oder jetzt haben wir den salat wir haben es durcheinander gebracht nein es geht alles gut es geht noch achso ja richtig wo ist er denn ach da sitzt einer da sprechen wir ihn doch mal an hier vielleicht kann er uns auch noch was verkaufen vielleicht ja fulltime was wollt ihr kommt ihr oft hierher seht ihr hier noch irgendwelche anderen tavernen wo soll ich denn sonst zum trinken hingehen ich weiß ja nicht wo du wohnst was wisst ihr über den orc er mag keine gesellschaft so viel kann ich euch sagen will nur seine ruhe haben aber nein das ist es gar nicht wirklich eigentlich will er ja reden er mag die leute und so weiter aber er hält sich von ihnen fern weil das von ihm erwartet wird irgendwie traurig naja allerdings wobei aber sicher doch lauft einfach weg ist ja nicht so als ob ich gerade was gesagt hätte was hast du denn was ist los sind wir dir zu nahe getreten hast du was anderes erwartet von uns sag schon so wir haben doch hoffentlich Glück und unser mundwerk ist schon weit genug geschult unsere redekunst ist hoffentlich gut genug der orc ist nicht da oder am see sollte er sein habe ich gehört Och vielleicht ist er ja auch hier aber das muss ja jetzt nicht unbedingt sein wir suchen immer noch einen platz wo wir unser zelt aufschlagen können hier ist der weg und da hatten wir eine gaststätte da brauchen wir jetzt erstmal kein zelt hier in der nähe denke ich mal ja wir werden bei schönerem wetter hier wahrscheinlich noch mal vorbeikommen ich dachte da hätte sich was bewegt aber nein da bewegt sich was da bewegt sich was sollen wir warum eigentlich nicht oh nein oh nein na gut das hat doch geklappt ganz alleine ganz alleine auch unser pferd ja natürlich das haut doch immer ab ziegel mhm mhm ach wir sind sowieso überladen ja das war gar kein das war gar kein Säbelzahntiger das war irgendwas anderes hallo Urik ihr braucht etwas habt ihr was zu verkaufen für mich take a look die haben doch manchmal haben die doch bestimmt irgendwas brauchbares dabei ja syrodillischer spartenschwanz den nehmen wir ich glaube da kann man was richtig giftiges draus machen das geweih nehmen wir auch und das feuerholz und dafür bekommt er von uns einen zaubertrank hast du so etwas schon mal gesehen Jäger Moment Moment was bekommt er denn wir haben gar nichts gesundheitssenken Giftschaden Trollblut nein erstmal nicht zaubertrank der kranken den brauchen wir selber der krankheitsheilung wir können ja jetzt nicht andauernd Trinkgeld vergeben oder Magiker Magiker wieder herstellen ja bitteschön ja soll er den haben bis zum nächsten mal also vorhin war das noch kein Jäger da bin ich mir sicher hast du gesehen dass es ein Jäger war vorhin ich habe da einen Säbelzahntiger gesehen vielleicht war es so eine Mischung wer weiß wo der Säbelzahntiger jetzt schon wieder hingeflogen ist wir werden hier erfrieren oder wenn das so weitergeht was machen wir jetzt mit der Ziege ich weiß ja wie wir sie aufnehmen könnten aber wir lassen sie hier liegen wenigstens das Fell hätten wir nehmen können ich weiß aber nö jetzt nicht jetzt ist zu spät ist das Pferd betrunken nein das machen wir ja das sieht doch hier auch ganz gemütlich aus läuft da was jetzt ein Skiver ein Wolf vielleicht ein ganz schöner Sturm hier so langsam sollten wir wirklich ein Zelt mal aufbauen Rifton jawohl da wollen wir hin Winter achso nach Winterfeste geht es darauf na gut oh was ist hier Großversammlung ist euch gar nicht kalt ihr wisst schon habt ihr was zu verkaufen werft einen Blick darauf ja sie hat doch mit Sicherheit gute Sachen dabei druidischer Goldring mit brillanten Topar kann aber nichts ein Gegengift das kaufen wir mal Schweineschmalz naja gut das findet man auch nicht alle Tage und ich denke mal hier das können wir wieder blind kaufen alles von hier oh was hat sie da vier Schmetterlingsflügel cool so was hat sie denn sonst noch sonst hat sie nichts mehr das ist schön wir haben aber schöne Zaubertränke da war doch ein richtig wertvoller hatten einen richtig wertvollen hatten wir doch wenigstens hier Magica Regeneration senken das ist immer gut Ausdauersenken Moment hier unten sind noch welche Frostresistenz ja das passt doch jetzt gerade ach Gott Johnny ich meine das reicht wir können ja nicht immer jetzt nein Gift wollen wir nicht abgeben alles ist gut und du na die sind schon zu weit weg und ihr wie fühlt ihr euch ich fürchte ihr könntet krank sein ach ehrlich ach wir haben dieses Fleisch gegessen ja stimmt wandelt allzeit im Licht oder wir werden euch hineinziehen na wir können hier aber Wasser 50 Gold die Wächter werden über euch wachen ihr habt aber auch ganz schön rote Augen was habt ihr geraucht wo immer die D3 sich verstecken die Wächter von Stemmler werden sie ins Licht führen das da unten sind Wachen das sind keine Händler ok weiter gehts durch die Kälte hier ja wir hauen lieber ab sonst werden wieder Leute abgemurkst wenn wir in der Nähe sind und die sehen wir dann nie wieder nach ja ich überlege ob wir hier nicht irgendwo schon einen Zeltplatz errichten können oh ein Skelett ja das hier wäre doch ein schöner gerader Platz zum Beispiel oder da oben auf dem Berg ein bisschen weit weg das ist das aber auch ausgerechnet jetzt wo wir zum ersten Mal hier sind so schneiden muss so ein richtiger Sturm hier ach das ist eine Söldnerin oder noch ein Alchemist noch ein Alchemist nordischer Kupferring mit Saphir Kegel ja das ist das Wohlen Gegengift und haha jaja Zutaten habt ihr immer das ist schön auch den Unlux könnten wir ja klar den nehmen wir auch noch Anfälligkeit wir müssen erstmal die teuren Sachen loswerden dann können wir nachher besser mit den nicht so teuren Sachen und wir gucken dass wir dass wir die Händler ganz ausnehmen ja 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 und für 100 haben wir doch bestimmt irgendwas Anfälligkeit für Feuer wir sind großzügig geben wir wieder 10 Tipp also gut okay da unten ist schon eine Siedlung eine Mühle da brauchen wir also auch kein Zelt aufbauen ich fühle mich nicht gut dabei dass wir jetzt schon wieder so lange kein Zelt aufgebaut haben aber hier können wir uns wenigstens kurz stärken und aufwärmen vielleicht ein bisschen was braun und Holzhacken müssen wir nicht wir haben ja noch nichts verbraucht Angers Mühle ach können wir uns hier nicht aufwärmen oh hallo Händler irgendwas liegt immer im Argen es muss Holz für die Mühle besorgt werden die Säge könnte einen Schliff verdrehen ich arbeite in der Mühle wenn ihr zu den Männern des Jarl gehört ihr kriegt euer Holz schon Angers Mühle bleibt nie etwas schuldig zu den Männern des Jarl entschuldigt ich dachte Skalt der Ältere hätte euch geschickt wir haben einen Auftrag auszuführen und er ist nicht gerade für seine Geduld bekannt hört mal falls ihr demnächst nach Dämmerstern aufbrecht könntet ihr dem Jarl dann diese Botschaft überbringen sagt ihm Bescheid dass er sein Holz bekommen wird natürlich ja da würde ich gerne helfen danke sehr dankbar ist sie ja gut und dann ihr habt also hier die Leitung in Angers Mühle in der Tat mein Vater hat sie mir hinterlassen er starb im großen Krieg gegen die Elfen es ist mir egal was draußen in der Welt geschieht Rebellion erwachende Drachen ich habe mit der Mühle schon genug Sorgen das Wetter ist schrecklich oder? das scheint zu stimmen ich suche nach Arbeit wenn ihr eine Axt besitzt könnt ihr euch Gold verdienen indem ihr Holz hackt bringt mir so viel wie ihr nur hacken könnt aha nein 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 ja komm Pferd wir gucken mal ob wir hier rein können oh oh das war gefährlich das Huhn da kommen wir nicht rein na gut Pferd können wir dich ein bisschen schubsen damit du ja genau so können wir doch besser losreiten ja also wenn hier nichts ist mit Aufwärmerei dann müssen wir doch hier irgendwo ein Zelt ah ja okay ich verstehe ah wir müssen das Pferd immer so ein bisschen schubsen dann geht's angasmühle also sollen wir da oben ein Zelt aufschlagen ich weiß nicht wie weit es jetzt noch weiter geht ein kleines vielleicht können wir da oben ein kleines aufschlagen oder direkt hier ah das wird laut an der Mühle glaube ich da wären wir aber schön am Wasser das wäre glaube ich besser hier ein Stück weiter weg von der Mühle damit es nicht ganz so laut ist ah da ist schon der Fels das ist hier sowieso laut mit dem Wasserfall okay Mühle und Wasserfall zwei Lärmquellen ach dann richten wir uns hier so ein kleines intimes Lager ein finde ich und wir haben gleich Feuerholz da zum Hacken das ist doch prima oh mein oh nein wenn wir hier ein Feuer machen und das fängt hier alles an zu brennen die Häuser sind doch alle aus Stroh und Holz ach wir sind gut versichert oder ist das Eis da unten wir werden es rausfinden erstmal sind wir kalt die Luft ist erwärmt naja das haut irgendwie nicht so ganz hin aber hier vielleicht doch wegen der wegen der Mühle Lagerfeuer errichten ja lieber ein bisschen weiter weg vom Holz ach so können wir gar nicht so hier platzieren bitteschön und natürlich benutzen haben wir kein Kleinholz mehr so Holzschalen die sind ja viel besser für unterwegs drei Kleinholz bekommen wir da raus also zumindest für Kleinholz die sind gar nicht so schlecht also in Zukunft müssen wir sowas immer mitnehmen wenn wir das finden so etwas Zunder hinzu und anzünden mit Steinen dann können wir das nicht so schnell die sind die sind die sind die sind Das war's für heute. Aha. Talentselten. Fortschritt erhöht. Bald haben wir es geschafft. Wir können hier auch ins kalte Wasser dann mal reinspringen. Aber erstmal machen wir ein flackerndes Lagerfeuer, ein knisterndes Lagerfeuer und ein prasselndes Lagerfeuer. Und dann legen wir noch Holz nach für die nächsten zwölf Stunden. Jetzt schon? Ich glaube das reicht. Und das ist doch gut, was wir da gemacht haben. Ja, dann machen wir noch ein paar Holzspäne und etwas Kleinholz für das nächste Lagerfeuer schon. Ist zwar ein bisschen überflüssig, aber Kleinholz und Holzspäne sind leichter als Feuerholz an sich. Schön, dann stellen wir hier ein Zelt auf, denn wir werden wahrscheinlich hier öfter vorbeikommen. Und dann freuen wir uns über ein Zelt. Da oben wäre auch ein schöner Platz. Aber wir haben uns ja entschieden, in der Nähe des Wassers uns aufzuhalten und in der Nähe des Holzscheits. Also, schauen wir mal, dass wir hier ein Zelt hingestellt haben. Oh nein, hoffentlich steht sie jetzt nicht im Wege. Ach, das kriegen wir jetzt schon hin. Ein kleines haben wir hoffentlich dabei. Ein kleines Feldzelt wäre mir am liebsten. Eins haben wir nur. Ein bisschen nah am Feuer. So, glaube ich, geht das. Ach so, sie ist im Weg, ja. Da können wir das nicht. Hier. Direkt halbwegs am Baum wieder. Sollen wir nicht ein paar Stunden schlafen, bis das aufhört, das Wetter? Und wir sehen krank aus. Wir haben auch leichte rote Augen. Wurden wir mal von einem Vampir irgendwie gebissen? Haben wir Vampirismus jetzt schon? Wir sind kalt. Wir haben Magenfäule. Oh Gott, oh Gott. Starke Winde. Blähungen auch? Wie, nass und kalt. Ihr seid im Schneesturm gefangen. Eure Bewegungsgeschwindigkeit wird um 15% verlangsamt. Oh nein. Magenfäule. Essen, trinken und schlafen ist um 10% ineffektiver. Dann ist uns auch noch kalt. Es früstelt dich. Minus 10 Gesundheitsmagika und Ausdauerregeneration. Das ist alles nicht so schön. Dafür sind wir aber glücklich. Was bekommen wir denn dafür? Knochenring des Glücks. Was es genau macht, kann nur nokturnal sagen. Also gut. Haben wir nicht noch irgendetwas? Den Diebesstein haben wir jetzt. Warum das denn? Alle Heimlichkeitsfertigkeiten werden 20% schneller erhöht. Ja, das haben wir wohl irgendwann mal gemacht. Hm, den ausgewählt. Veränderte Ernährung. Gesundheit steigt um 15 Punkte. Wildbeuter. Ach so. Born Amulet of the full moon. We are more comparable at tracking. Na, das hoffe ich aber auch. Aha. Wir haben die Vampirrüstung. Eigentlich kann uns gar nichts passieren. Die Vampire werden uns doch für sich selbst halten. Dann ein Spiegelbild sozusagen. Ja, was machen wir gegen die Kälte? Also wir stehen ja schon am Feuer. Ach, wir haben doch Tränke. Wir haben doch gute Tränke. Ja. Das hier zum Beispiel. Oder hier oben. Na ja, konzentriert sein müssen wir jetzt nicht. Vielleicht das hier. Junipati. Mal sehen, was bringt der? Heißer Tee hier oben. Aha. Wärm dich auf und hält dich in Schwung. Vier Minuten. Dann gucken wir mal, wie frisch das Wasser ist. Wir wollten hier eigentlich, ja, überhaupt nicht frisch. Und doch, 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 doch. Ganz schon frisch ist das. Frisches Wasser. Ja, können wir uns hier mal reinsetzen? Da ist es doch müde. Da ist es doch müde, wenn ich daran denke, schon kalt. Da ist es hier doch bestimmt schön warm drin. Hinsetzen. Ach ja, klar. Ach ja, klar. Nackig ausziehen, natürlich. Die nassen Sachen weg. Können wir die Sicht mal ändern? Laterne entzünden erst mal. Genau. Ansicht umschalten. Ja gut, das ist doch schon etwas angenehmer. Und kommen wir an das Feuer ran? Leider, leider nicht. Aber wenigstens sind wir die nassen Klamotten schon mal los. Außer den Umhang. Davon können wir uns nicht trennen. Das ist doch unsere Kuscheldecke. Ja, da ans Feuer kommen wir nicht. Na gut. Was möchtest du tun? Belichtung 0%, maximal 0%, Nässe 0%. Dein Zelt wird von dem nahen Lagerfeuer erwärmt. Unsere Kumpelin hat sich auch gesetzt. Dann reden wir mal mit dir. Begleiter 1. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ja, dann. Egal, dann lassen wir das mal. Dann mal los. Ja, dann stehen wir wieder auf. Da können wir jetzt also nicht so viel machen. Aber vielleicht können wir etwas an unseren Fähigkeiten schrauben. Es wird aus dieser Sicht jetzt etwas kompliziert, glaube ich. Selbst wenn wir es können. Ha, wir haben einen Punkt zu vergeben. Das ist doch schön. Ja, einen zusätzlichen Ast wollen wir nicht haben. Und mehr Ausdauer vielleicht erstmal auch nicht. Feuer machen soll schneller gehen? Nein. Was ist hier oben noch? Hohe Geister. Fähigkeitsboni. Durch große Lagerfeuer halten. 50% länger an. Das ist gut. Oder geschärfte Sinne. Entdeckt Gegenstände und Kreaturen. 50% weiter. Bestimmt, ob Kreaturen feindlich sind und lauft schleichend, ohne den Effekt abzubrechen. Und wenn ihr eure Instinkte benutzt. Das ist gut. Ja, das gefällt mir richtig gut. Gucken wir mal, ob wir auf dem anderen auch schon was haben. Auf dem anderen Talentbaum hier. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Da haben wir aber noch nichts. Ja, das wäre wichtig für uns. Was war das erste nochmal? Hohe Geister. Ach, Lagerfeuer halten. 50% länger an. Fähigkeitsboni. Halten 50% länger an. Ja, da wir auch oft dann schlafen gehen, wäre das doch gar nicht so schlecht. Wäre das gar nicht. Doppelt so lange brennen die dann. Ja. Und wir weiden auch mal Tiere aus. Dann nehmen wir das. Wobei ich das andere lieber gehabt hätte. Ach, zu spät. So viel zum Thema Fähigkeit. Oh, wir stehen hier unsanft im Zelt. Ja, vielleicht können wir noch etwas Holz hacken hier ein, zweimal. Aber langsam sind wir immer noch. Ach, wir sind ja auch krank. Ja, was können wir denn dagegen machen? Erstmal Holz hacken. Ich glaube, wir haben noch irgendwelche Tränke, die die Gesundheit wieder herstellen. Wenn nicht, dann brauen wir uns vielleicht gleich mal einen zusammen. Wir hacken jetzt ein bisschen mehr. Mehr als das, was wir hier verbraucht haben, denke ich mal. Also dreimal machen wir das schon. Och, eigentlich ist das gar nicht so schlecht hier. Man hat da gleich einen Schleifstein. Hier kann man Holz hacken. Da drüben ist Wasser. Aber eine Angel haben wir noch nicht. Ja, aber schwimmen können wir gehen im eisigen Wasser. Ich glaube, das zählt nicht, wenn in der Nähe ein Lagerfeuer ist. Das zählt nur, wenn da kein Feuer ist, wenn wir das so irgendwie machen. Oder wenn wir, genau, vielleicht zählt das, wenn wir schwimmen gehen und dann schnell ein Feuerchen machen. Dann sollten wir doch lernen, schneller das Feuer anzünden zu können. Dann gucken wir mal ganz fix hier rein in die Fässer. Ob da ein Trank ist für uns? Da ist gar nichts drin. Dann legen wir mal ein Bier da rein und gucken, ob die Fässer wirklich leer bleiben. Wir haben auch deutsches Bier. Na, zu spät. Jetzt haben wir das da reingelegt. Das ist doch gut. So, ein bisschen was herstellen. Ach, am Lager brauchen wir doch sowieso immer... Ja, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Wir brauchen unser Versteck doch immer. Wobei sich das hier eigentlich erübrigt. Denn wir haben ja Holz hier sofort nebenan. Krankheiten heilen. Können wir das selber gar nicht erstellen? Verlangsamen. Verlangsamen, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, verlangsamen finde ich gut für die Jagd. Moment, mit Magiker brauchen wir was nicht. Brauchen wir nichts. Aber Gesundheit brauchen wir was. Heilt alle Krankheiten. Ach, Gesundheit wieder herstellen? Da sind wir doch gerade. Gut, dass die das vorhin gesagt haben, dass wir krank aussehen. Gesundheit senken brauchen wir nicht. Vielleicht noch Gesundheit regenerieren. Haben wir nicht irgendwas mit einem Heiltrank schon gefunden? Dann müssen wir einen Schrein finden, baldigst. Also demnächst versuchen wir das mal ohne Lagerfeuer ins Wasser zu gehen. Und später dann, wenn wir rauskommen, ein Lagerfeuer zu errichten. Na, Gegengift ist auch nicht das Richtige für uns jetzt. 14 Stunden. Dann versuchen wir doch mal noch so einen warmen Tee irgendwie herzustellen. Können wir bestimmt. Sonstiges? Zweiglingssaft können wir selber herstellen aus Pfahlwurzeln. Na, hiervon könnten wir mal einen wenigstens herstellen noch. Und Lavendel Tee, boah, brauchen wir den? Ha, Mountain Flower Tee, ja der ist gut. Der ist auch in der Herstellung nicht ganz so teuer. Und der wärmt uns richtig wieder auf Schneebeeren Tee. Ach so, ja, das haben wir bis jetzt noch gar nicht ausprobiert, weil wir noch nicht so weit oben waren bis jetzt. Wheatburn Tee, bitterschmeckend, aber zuverlässig für seine balsamartigen Eigenschaften. Und das probieren wir mal. Und zwar... Sofort. Wheatburn Tee, okay. Was kann der jetzt? Magenfäule, ja das sollten wir loswerden, meine ich. Bitter schmeckend, aber zuverlässig für seine balsamartigen Eigenschaften. Joa, mehr steht da auch nicht. Krankheit widerstehen, dein bosmerisches Blut verleiht dir einen Widerstand von 50% gegen Gifte und Krankheiten, hat aber nicht geholfen gegen Magenfäule. Eine herzhafte Mahlzeit, aha, diese Mahlzeit verbessert eure Wärme um 25 Punkte. Na also, 8 Minuten, okay, und die Magenfäule, naja, die bleibt immer. Ja, da kann man wohl nichts machen, oder? Oh doch, da fällt mir was ein, vielleicht können wir doch was machen. Jetzt müsste man wissen, gravierter Knochen von Hirsine, was der kann. Von Julianos hatten wir bereits, ich weiß auch nicht so genau, was der kann. Und von Künareth, hätten wir vorhin mal fragen können, was das für ein Daedra ist, oder Gott. Ach, wir können wieder eine Versteckmarkierung machen? Ja, dann machen wir die doch gleich. Oh, wie schlau, jetzt können wir unsere Krankheit nicht mehr heilen. Oh nein, naja, dafür können wir Verstecke bauen. Zu spät. Schlafen wollen wir hier nicht, oder? Wollen wir abhauen? Komm, wir suchen einen Schrein. Ach, Moment mal, da haben wir es doch gerade hergestellt. Wir müssen doch hier noch uns irgendwo ein schönes Versteck aufbauen. Ach, Moment, ich habe herausgefunden, wenn wir das aufbauen, das Versteck, das landet dann immer da, wo wir stehen, glaube ich. Also wenn wir den Knochen hier hinwerfen und aktivieren, das ist ein Horker-Zahn, ich weiß. Wenn wir das hier hinwerfen, dann wird der Stein genau da stehen, genau da sein, wo wir sind. Hoffentlich richtig rum. Ich glaube, die Richtung ist egal dabei. Na, fast. Aber das sieht doch schon ganz gut aus. Und wenn wir da jetzt ein bisschen was reinschmeißen... Und dann müssen wir das hier hinwerfen... Ja, das war es doch schon. Ja, so ein Gegengift könnten wir doch hier mal reinschmeißen. Nur so für den Notfall mal. Ein Bier, Mann, sind wir geizig. So ein bisschen Trollzeugs. Und so einen schönen, warmen Tee. Ach ja, und einen Wasserschlauch. Den leeren haben wir jetzt reingegeben, den fast leeren. Ha, jetzt hätte ich fast R gedrückt wieder. Gerade nochmal gemerkt. Und eine Zucchini. Ja, aber die kann noch schlecht werden. Ja, Feuerholz können wir uns sparen. Da drüben gibt es ja Holz. Aber so vier Teile können wir ja mal reinschmeißen für den Notfall. Wenn wir mal so erfroren hier ankommen, dass wir nicht mal mehr in der Lage sind, Holz zu hacken. Das passt doch so. Ja, schön, dann können wir jetzt aber weiter. Das heißt... Ja, komm, wenigstens über die Brücke sollten wir kommen. Ach, wir haben vergessen, das Pferd zu schubsen. Aber es geht. Ja, okay. Das hätte ich mir doch denken können. Wegelagerer? Oh, die sieht man ja auch nicht alle Tage. Oh, jetzt lässt es sich aber... Doch, es lässt sich schubsen. Und weiter geht's. Schöne Eiszopfen. Wir bleiben mal lieber auf dem Wege, was? Obschon ich sagte, dass wir ja nicht nach Wintelm wollen, aber da müsste es eine Kreuzung geben. Das war doch ein... Ein größerer Fluss. Wolf gegen Eisgeist. Wer macht das Rennen? Das Pferd ist verrückt. Da rennt es jetzt hin. Ah, ich vergesse immer das Pferd. Das fehlt noch, wenn das Pferd sich jetzt umbringen lässt. Das ist nicht zu bändigen. Da fährt... Da fährt... Die Leute gucken schon. Beherdl stehe ich. Hat es den Wolf vertrieben? Ja. Können wir jetzt hier das Ziegenfell mitnehmen? Na, wir könnten die Ziege auch aufheben, aber das können wir ja wieder nicht. Ach, dann nehmen wir das so eben mit. Geht auch schneller wohl. Als nächstes müssen wir unbedingt... Worauf schießt ihr? War da ein Schlachterfisch? Wir müssen die Flöte bauen. Ich hoffe, dass wir mit der Flöte das Pferd rufen können. Denn so langsam glaube ich, das ergibt gar nicht so viel Sinn. Wir frieren gar nicht, oder? Wetter fühlen. Die Luft ist erwärmt. Ah, nein. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich glaube, Frostfall... Es könnte ja sein, dass Frostfall mit Vivid Wellwas oder sowas nicht klarkommt. Ja, das hat es mal wieder gebracht hier. Was stehst du hier eigentlich so rum? Ork. Seid gegrüßt, Schwester. Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft, wenn ihr interessiert seid. Oh cool, wovon redet ihr? Der beste Skuma. Der süßeste Mondzucker. Natürlich zu einem guten Preis. Mhm. Moment, das scheint mir verboten zu sein. Können wir nur sowas antworten? Gebt mir einfach, was ihr habt, dann geschieht euch nichts. Nein, das scheint verboten zu sein. Ah, ein Spitzel, was? Ich kann euch jetzt ja wohl kaum zu einer Wache laufen lassen, nicht wahr? Ihr gehört mir. Hey, hey. Wir kommen doch nichts anderes antworten. Nimm das Pferd und hau ab. Irgendwann werden wir nochmal wiederkommen und dann reden wir vernünftig. Lasst den Ork am Leben. Na gut, bei dem Wetter macht es jetzt nicht so viel Sinn, hier die Gegend zu erkunden. Aber hier vorne ist doch was Leckeres. Lecker Drachenbaum. Und? Uh. Bergblumen. Doppelte Beute. Und, wie heißen die Kriechranken? Ja. Moment, sind das nicht Jasperi-Beeren da unten? Die findet man doch so selten. Die sollten wir dann versuchen, selber anzupflanzen vielleicht mal. Die findet man so selten, weil man sie nicht sieht wahrscheinlich. Ja, ich glaube hier bald, da wird es dann wärmer müssen. Müssen wir hier entlang oder geradeaus? Ich meine, wir müssen geradeaus. Aber wir schauen mal auf die Karte, vorsichtshalber. Geradeaus. Nein, die Berge ginge es auch. Aber geradeaus. Der Weg ist schon immer auf der Hauptstraße bleiben. Das ist schon nicht falsch. Oh, ist das eine Bärenmutter mit einem kleinen? Oder ist es nur ein Bär? Ist es nur ein Bär? Ja, wollen wir den irgendwie? Nee, oder? Aber da sind so viele Kriechranken und Jasperi-Beeren hier. Da unten ist eine Hütte. Ja. Ein andermal, sag ich mal. Eher ein andermal. Den Bären lassen wir einfach links liegen. Tut mir leid, Bär. So viele schöne Sachen hat er da. Sonst bringt der Bär noch die Händlerin um, die da jetzt gerade gekommen ist, wenn wir da in der Nähe sind. Noch ein Bär. Ich glaube, das ist ein guter Platz, um ein Lager aufzuschlagen, wenn hier so viele Bären sind. Oha, nein! Hey, was soll das, Bandit? Lass das! Ich dachte, hier oben wäre schön für ein Zelt. Kleines Feuer, ein Zelt. Natürlich nur, wenn das friedlicher wäre hier. Da rennt auch schon wieder ein Biber oder sowas. Hör doch mal auf! Wir reiten doch hier hoch. Pass auf, wir zeigen dir jetzt, dass hier vorne noch ein Bär irgendwo ist. Oder eine Bär ist weg. Oder hier ein Feld, ein Zelt einfach so zwischen die Bäume stellen. Oh nein! So stark ist der Bandit. Der hat den Bär. Auch da oben ist auch noch einer. Ich mag nicht da zur Mühle rennen, dann werden da wieder alle abgemurkst. Du kannst sie besiegen, du schaffst es. Wir machen das folgendermaßen. Das Pferd lassen wir schön hier. Ah, da müssen wir wieder so weit laufen. Das sind doch nur zwei Banditen. Die schaffen wir doch. Pferd, bleib hier. Versteck dich. Noch bist du da, ich weiß das. Gut. Oh, Moment. Wir haben die falschen Pfeile. Wir brauchen die besten, die wir haben eigentlich. Ist der alleine? Dann könnten wir vielleicht auch anders vorgehen. Ach, nein. Wir brauchen Schieß-Erfahrung mehr. Wo ist denn unsere Schießkunst geblieben? Wir hatten doch sowas. Ach, haben wir schon an. Okay. Aber wir hatten für die Stirn doch auch noch sowas. Da ist es doch. Haben wir auch schon an. Sehr gut. Und den Ring, darauf verzichten wir mal, weil wir brauchen keinen Ring. Gift. Wir hatten ganz gutes, starkes Gift. Aha, verursacht 60 Giftschaden. Das kann doch schon was. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Oh, nein. Hat es jetzt irgendwas gebracht, was wir da gemacht haben? Ja, hat es. Wir sind gestorben. Nein. Wir beeilen uns diesmal lieber. Ob das reicht? Ja, was sollen wir sonst machen? In den Bauch, das musst du doch spüren. Genau in die Stirn jetzt. In zwischen die Augen. Haben die auch Gift? Nein. Ausweichen vielleicht. Ja, ich habe den jetzt zu spät gesehen, dass der kommt. Wir brauchen mehr Abstand, aber dann treffen wir wieder nicht. Pferd, wo bist du? Jetzt bezahlt ihr. Ach, du dummes Pferd. Lass das. So brauchen wir es gar nicht in den Kampf, glaube ich. Ach, der falsche Pfeil. Versuchen wir das mal so. Das ist unfair, dass wir immer so schnell sterben. Ach, und es wird nicht mal unsere Rüstung irgendwie geskillt. So, noch mal Waffen. Zaubertränke. Gift. Genau in die Nase, das musst du doch merken. Das gibt es doch gar nicht. Kannst du noch so eine Rüstung haben? Ich habe die gerade ins Gesicht, in den Hals. Du kannst nicht mehr atmen oder sprechen oder irgendwas. Du siehst gespickt aus. Ihr gewinnt. Ich ergebe nicht. Nein. Jetzt komm. Na also. Hoffentlich ist das Pferd noch am Leben. Was hat der denn schönes? Einen riesigen Rucksack. Na, der kann er auch nicht mehr tragen als unser Rucksack. Ach, wir sind ja auch noch krank. Deswegen sind wir auch noch mal langsamer. Ach, das Pferd lässt sich da unten umbringen. Dann fahren wir eben gleich. Was hat denn hier so komisch geschrien? Ach, das Pferd gegen die Schlammkrabbe. Ach, die falsche Pfeil. Ja, wir sollten... Das Pferd wird doch wohl nicht... Naja, komm. Vor die Schlammkrabbe unser Pferd killt. Komm her. So viel Blut. Da ist aber noch der Bandit. Aber ich fürchte, er wird uns nicht sehen können. Ach was. Ach was. Kann das nicht immer so gehen? Ja, wunderbar. Und was hast du gemacht? Zugeguckt diesmal. Ja, sonst gucken wir zu. Das ist schon... Alles ist gut. Schon in Ordnung. Was sagte ich? Hier wäre ein guter Platz hier oben? Nein. Da war doch ein besserer Platz noch dieser hier. Ja, genau hier ein Zelt hinzustellen. Oh, wunderbar. Mit schöner Aussicht. Oh ja. Brauchen wir auch ein Lagerfeuer? Eigentlich glaube ich nicht unbedingt. Aber wir bauen trotzdem eines. Genau da, wo du jetzt stehst. Kannst du dich da hinstellen mal? Du, da rüber? Nein. Die Luft ist auf einmal klirrend kalt. Ja, das kommt glaube ich hier nicht mit Wurbit Weather so zurecht. Frostfall. Vielleicht. Du stehst gleich im Feuer. Wir nutzen und zünden. Ach, wir haben doch alles noch. Brennstoff rein, zünden da rein. Und anzünden. Vielleicht sollten wir diese Jäger, die Verstecke des Jägers, die sollten wir vielleicht. Ach, die Maus. Die sollten wir mehr so in Richtung Weg aufbauen vielleicht. Sonst müssen wir das ja alles immer so weit schleppen. Brandstifter. So, wie wäre es denn? Oh, hier ist noch was zum Hacken. Ich wollte gerade sagen, ein Zelt aufbauen, ein Versteck aufbauen und dann sind wir für diese Folge schon fertig. Und da unten ist eine Stadt und in der Stadt gibt es eine Gaststätte, in der wir uns auch wärmen könnten. Ja, aber das wissen wir ja jetzt noch nicht. Das wissen wir ja erst, wenn wir in der Stadt waren. Sollen wir das Zelt hier wirklich auf den... Och, das ist doch egal. ...auf die Erzader legen. Stellen. ...kleines Zelt, bitteschön. Ach, wir haben kein kleines Zelt mehr. Haben wir nicht vorhin was gekauft? Nein, leider nicht. Aber was wir hier einrichten können, das ist so ein... ...eine Versteckmarkierung. Mal gucken, wohin damit. Ja, wenn wir die hier hinbringen, also wenn wir die hier so anbringen, dann können wir die vielleicht nutzen. Von der Straße aus, dachte ich mir. Oh nein, die Versteckmarkierung. Versteckmarkierung. Oh, wie schade. Wir müssen stehen und das wegwerfen, oder ist das das Versteck hier? Du stehst gerade mitten in unserem Versteck? Irgendwie auch nicht. Ja, wir müssen stehen und das hinwerfen, das ist bestimmt der Trick dabei. Dann stehen wir eben und werfen es hier hin. Oh. Ach, das passt doch, sehr gut. Ja, dann haben wir hier zwar kein Zelt, das werden wir bauen noch in der nächsten Folge, aber wir haben schon mal unser Versteck schön angebracht. Das werden wir nie wieder finden. Das sieht genauso aus wie die anderen Steine dort. Ach, das erkennen wir schon wieder. Ja, dann darf ich mich mit diesem Bild nämlich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.